Hallihallo und herzlich willkommen und hier nur ein kurzer Anhang, denn ich habe gestern vergessen, die Zwischenresultate anzugeben. Und zwar, seht ihr sie gerade jetzt wahrscheinlich eingeblendet, und zwar, ich habe vier Punkte, der Melon hat zwei Punkte und der Broom hat null Punkte. Und ja, das ist eine geile Ausgangslage für dieses Battle heute und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Tschüss! Hallo Leute und willkommen zum dritten Part von Schlimpen Battle, heute mit einer runde Splack, glaube ich, ist richtig, ja. Und ich... Boah, das ist auch gelangt bei mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, das ist auch gelangt. Alter, das ist eine scheiß Map. Nee, die ist geil. Ich gehe schon mal auf die große Platte runter. Nö, ich chill noch hier oben. Ich chill sie auch hier oben. Wenn ich hier oben überlebe, als er bester, dann heißt das, ich habe gewonnen. Nein, was? Ich bin hier mit einer anderen, los, fang runter. Ich auch, ich bin mit einem anderen Typen. Nein, nein, ich bin da mit... Oh, nee, ui, 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 das war knapp. Oh, bei mir war auch knapp, oh, bei mir auch. Aber ich bin noch oben. Und ich spiele mit Shader, Leute. Nein, nein, ich bin schon... Was, der Broom ist ganz unten? Ja, es gibt keine Sonstansagen-Werretagen. Nein, Broom, nein. Nein, ich helfe mir. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Nein, wie lange geht die Saufnahme? Ungefähr eine Minute oder so? Ich habe gewonnen, Leute. Ich habe sozusagen nicht einmal geschossen. Einfach fickte Scheiße, ey. Ich habe gewonnen, Alter. Ja, gut, ich bin immer noch in Führung. Ich mache nie wieder eben etwas mit euch. Ich bin immer noch ziemlich gut in Führung. Ja, ja, ja. Du kannst mich mal an meinem kleinen Hüdel einlecken. Ey, ich bin auch unten. Okay, aber ich habe gewonnen, Leute. Alter, bei mir ist natürlich der kürzeste Part, der ich gewinne. Aber ich habe gewonnen. So, der Pumpkin ist immer noch in Führung. Aber ich habe gewonnen. Ich, ich. Ja, seht ihr diesen Typ? Ich weiß, ich sehe fast nichts. Ich lasse mal das Licht an. Aber ich habe gewonnen. Die beiden anderen sind verreckt. Aber dann wenden wir mal hier, würde ich sagen, oder? Ciao, Leute. Joa, dann würde ich euch über einen Like freuen. Richtig angepisster Pumpkin. Ciao, Leute. Hashtag angepisster Pumpkin und Hashtag Schlempen Battle und Hashtag Schlempen Battle. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.